Nein, Level 11. Level 11, ja, Welt-La-Elf. Ich glaube, so hoch war das noch nie. Ja, die Welten waren immer relativ kurz eigentlich. So? Hallo Schild, was ist, wenn man dich kaputt macht? Warte mal. Man konnte die so... Warte. Nö, geht nicht. Was? Da gehen die Stacheln hoch, wenn man ins Licht tritt. Alter, was? Ich hab's nicht geschafft. Ja. Da oben was. Ein Tor. Münzen. Kommt da an dem Licht vorbei. Oh! So nicht. Wir müssen warten. In der Mitte können wir sicher stehen. Das muss einmal zurückfahren jetzt. So, und jetzt hinterher. Nicht so schnell. Jetzt springen. Ja, aber jetzt kann man ja so machen. Meine Krone nehme ich mit. Wo sind die Sterne? Wo sind die Sterne? Es tut mir leid. Da oben ist ein Stern. Du hast genau gesehen, da auf dem Turm da hinten. Okay. Komm schnell! Komm schnell! Stell mich jetzt hier drauf. Oh. Licht, Schatzi. Licht. Weißt du, was Licht ist? Oh, warte mal. Was ist Licht? Ich weiß es nicht. Licht kommt halt von oben, weißt du. Ich war doch raus. Schnell! 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 Ich bin eine neue Katze. Was? Warum hast du mich? Weil ich gerannt bin und du im Weg warst. Komm da nicht hoch. Ja, ich auch nicht. Weil ich meine Katze ja nicht mehr habe. So zwei kommen wir da hoch. Weil mich hier jemanden unbedingt tragen müsste. Das kann ich doch nicht so, wenn ich renne und du im Weg bist. Was? Das schaffen wir nicht. Ach! Ich habe mich geopfert. Ich mich auch. Schnell, nochmal! Und Drehsprung. Ach, dann halt nicht. Ich komme nicht hoch. Okay, warte in der Mitte ist der Scheinwerfer, ja? Okay. Alter! Geh weg! Geh kaputt! Geh sterben! Alter! Ich habe mich geopfert! Oder so. Wolle ich gehen? Ja, ne, warte. So. Checkpoint! Take it! Hey! Gibst du was? Oh, fuck! Was? Das glaube ich nicht. Aua! Der springt ja voll auf mich. Da ist ein Stern. Was zur Hölle? Ich glaube, da war ein wichtiges Heiß drin. Oh, ich glaube auch. Ich glaube, wir hätten... Ach, scheiße. Ja, das kriegen wir jetzt nicht. Doch, warte mal. Wir müssen da nur hochkommen. Komm her. Nochmal. Nicht von der Wand abspringen. Nochmal. 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 Es muss gehen. Vielleicht du mit deinem Wirbelsprung. Immer an der Wand drücken. Nicht abspringen. Hä? Also du darfst nicht abspringen oben. Jawohl. So, warte auf. Ich opfer mich jetzt. Okay. Ich will sterben. Okay, scheiß auf. Nein. 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 Scheiße. Oh Gott, was? Das ist jetzt Kacke. Hä? Soll ich denn hier aus dem Scheinwerfer, die ich komme? Ah, ich weiß wie. Unter den Blöcken verstecken. Alter. Wie wird denn jetzt das wichtige Item? Bitte? Halt. Ach. Halt! Eigentlich hätte ich das jetzt groß bekommen müssen. Ja. Aber dann hast du schon gedrückt. Ich verliere die jetzt. Deshalb sage ich ja halt. Mach ich das. Oh. Nein. Ich mach das. Okay. Kannst du hier schwimmen? Jawoll! Skill. Aua. Ich. 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 Tut mir leid. Scheiße. Hä? Ich. Ich. Soll ich denn da rüberkommen? So wie ich jetzt gerade gesprungen bin. Richtig? Weiß nicht. Ich kann mich irgendwie befreien gerade. Wow. Warte mal. Ich versuche mal. Oh nein. Oh nein. Doch. Warte. Ich muss nur später springen, weil die sind noch eine Sekunde drin. Uh. Soll ich draußen stehen? So. Donuts! Jetzt. Hoffentlich bist du nicht in der Blase. Gut. Ich stehe hier da. Uh. Oh. Ach so. Weil ich den Weg hier. So. Ja, warte. Der Sprung. Ich sehe aber nichts. Das ist gerade eine blöde Situation, um den Sprung zu testen. Das geht ja noch. Jetzt rüber. Oh, das sind zwei. Uh. Oh Gott. Uh. Könntest du dich bitte stiller bewegen, Plattform? Scheiße. Sterb nicht. Sterb nicht. Geh rauf. Wenn du sagst, sterb nicht, dann sterb ich doch. Ich wollte gerade sagen, ich darf... Ich hab die ganze Zeit geschafft. Weißt du? Ich darf es nicht sagen. Ich darf dich nicht unter Druck setzen. Es tut mir leid. Oh. Warte. Ich weiß nicht. Weil ich dich jetzt sicher nach Hause gebracht wurde. So viel zum Thema sicher. Warte. Haben wir es genau falsch gemacht. Ach, ich hatte noch einen Pils. Verdammt. 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 Ah, ich dachte ich konnte schweben. Verdammt. Verdammt. Nein. Warum hatte ich denn jetzt im Kopf, dass ich ein Tanuki anzucht habe? Nein. Oh nein. And again. Toll. Nein. Was ist denn scheiße? Mann. Was ist denn scheiße? Ach komm. Kommst du jetzt das Blasen wieder? Ja. Das war mir so klar. Hier ist ein Scheinwerfer. Warte. Nein. Warum sag ich denn, warte? Das ist zu spät gesagt. Da hab ich schon... Ja, ich hol das jetzt. Wieso sagst du denn nicht, ich hol das jetzt? Dann wär ich doch nicht gesprungen. Wir haben Kommunikationsprobleme. Ja. Nein! Ja, du kriegst deine Katze. Jetzt verliert aber einer zwangsmäßig die Katze. Das muss doch auch irgendwie gehen ohne. Ja, mit Abspringen und dann Richtung... Wie geht das? Ich kann jetzt vielleicht so ein bisschen rüberklettern, aber... Stimmt, warte mal. Ich mach mal von unten. Du schaffst es! Du schaffst es! Nein! Verlier die Katze nicht. Huch! Was war das denn? Warte mal. Ach, guck mal! Das war, als ich mich... Ist das höher? Ich hab mich hier so hingelegt gehabt, weißt du? Ja, das ist höher, ne? Weiß nicht. Du kannst dich voll abdrücken. Nein! Nein! Toll, jetzt hat mich der Feuerbruder getroffen, wie Sau. Was? Was hast du hier gemacht? Was hast du hier gemacht? Warte, jetzt bist du hier hin und mitkommst. Das ist scharf! nein kommst du ich auf den stachel gesetzt ja so gemütlich ist das glaube ich nicht wieso ich hole den so bleibt da stehen für mein problem weil man die donuts nicht mehr verarschen kann dann mal ein problem ja die weiten sprünge damit ich nicht so lange umsteh ach warte nein was tust du mich vertun wir haben keine zeit mehr aber das ziel muss da hinten wo sein wir haben alle sterne konzentriere ich mir auf dich ok ich sag nichts ja da bin ich schon oh gott mit scheinwerfer wir werden uns töten gegenwärtig warte oh gott was machst du denn ich dachte du würdest loslaufen ich warte auf dich einer bleibt unten stehen damit sicher ist ok soll ich jetzt laufen soll ich versuchen erst mach halt dann gehe ich aber runter ok schatze versuch du es komm schnell, komm, schnell, komm, schnell oh beide sogar oh das ist level ging jetzt aber nur mit schaden fressen ja ging auch nur ich weiß nicht boah was ein kack ey ich bin irgendwie ach nee ich hätte das anders gemacht naja ob das geht wenn sich einer vor dem ziel duckt und einer dann hochgeschleudert wird ob man dann auch oben drankommt muss man eigentlich mal versuchen letztes level hoffentlich also nicht hoffentlich aber also für diese bonuswelt da kommt ja noch ein boah boss rush oh yeah baby meh 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 ja los geh rein ich wollte das meh noch öfter hören let's go klackert oh gott ok 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 da ist er wieder ich drück das intro einfach mal weg ok ok weiß er noch wie der geht ne ja er ist falsch rum es ist falsch rum nein du bist falsch rum kollege komm hier hin ich nehme es wieder groß ja wenn du stirbst bist du wenigstens wieder groß das ist der einzige vorteil wir haben genug leben dann soll man nicht beide gleichzeitig sterben aber wir haben schon wieder voll viele leben verloren das ist voll ekelhaft nein nein so rum jetzt kommst du so rum komm hier rüber nicht so ich stehe mich jetzt am rand weil wenn da wieder was kaputt macht so rum ach so rum willst du hey das war sogar deine punktfarbe ich hab ja gesagt ich war zuerst ja das war aus als ob ich mich verschlagen hab du bist direkt rein ja die ist mir aufgeploppt die guten Münzen in mir drin soll ich jetzt da reingehen oh so getrennt split screen ach hi na du mhm 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 oh oh mhm das war die falsche ach du kannst dich ja schlagen du hast ja voll den vorteil mhm 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 ja hier gibt es auch noch Sterne hier gibt es auch noch Sterne wo gibt es hier nicht Sterne ja ja das wäre doch so ne Sache hier mal eben Sternen sammeln beim Boss mhm Katzenklo das ist Zischel ne mhm Schlangen oh beide mhm Männchen und Weibchen stimmt das waren Männchen und Weibchen fällen jetzt erst auf das haben wir doch oh fuck ach die Musik ist toll ah ich bin keine Katze du bist oben drauf gelandet ja aber es ist mir nix ja weil da kein Teller drauf war bin ich gar nicht drauf gekommen alter da ist die Katze ich bin gestorben dann sollte ich jetzt nicht sterben ja weg hol kommst du da schnell danke aha Aua ja wenn die keine Dings mehr haben dann warum sind die die da ist die Katze ja hol sie perfekt jetzt kannst du an den hochklittern ich will eigentlich nur den Boss nicht besiegen weil die Musik so cool ist deshalb stellen wir uns gerade so an ja ach fuck you weg ist die Katze ey oh du hast mir die Katze zerspürt du hast ihn getroffen ja nein da hat einer geweint ja ich weiß ich weiß nur nicht warum das geht ab ich hab mir doch niemals in der Zeit ja Zeit oh ich will doch auch mal ne Katze haben ich will doch auch mal ne Katze haben nein mach was du denn ich kann halt nichts reißen weil ich keine Katze hab das geht wenn du hättest würdest du was heißen ja ne nicht bei dem gewusel hier da jetzt ich hab ihn getroffen ja so hast du den vorhin auch getroffen ok du musst grad vorhin getroffen haben weil die haben geweint oh Gott komm drauf nein was du wieso bin ich da drüben gelandet was weil du falsch gelenkt hast du hast ja recht gelenkt äh ich bin dafür dass die Katzen am Boden liegen bleiben wenn die runter gehen so hast du sie getroffen hast du sie getroffen scheiße nur zwei Sekunden ach komm die Krone hat jetzt schon dreimal den Besitzer gewechselt ah yes nein du hast im Weg was was hast du getan ich wollte den hier machen der ist weg der ist weg es gibt einen Stern wahrscheinlich und ich bin gestorben ich bin zwei gerankt ich bin doch schnell ne Katze geklaut so einmal noch wir haben niemals gemerkt wie die anderen Bosse kann man die cheaten vielleicht so am ende habe ich Donnerbat gerissen dr dr Sternchen haben wir den beim Anderen verpasst ich hoffe nicht nee da war keiner aber wir haben nur noch 117 Sekunden hast schon wie soll wir das schaffen das schaffen wir nicht hier müsstest schnell gehen Verdammt, ich hab den nicht werfen sollen. Das wird knapp. Ich weiß nicht, wie du draufkommst. Boss-Wash in der Zeit ist echt heftig. Mach mal neue. Die anderen Bosse waren ja ganz gut, aber jetzt... Mach mal neue. Behalte ihn, behalte ihn, behalte ihn. Oh nein, der wird rot. Oh, du rot. So. Sternchen? Sternchen. 50 Sekunden für den letzten Boss, komm. Klar doch. Das ist der Doppelgänger-Boss. Oh, nee, doch der. Nee, es könnte sogar... Das wird eng. Obwohl, schaffen wir. Scheiß drauf, Yolo. Ah, wenn der so lange rumwirbelt, könnte das eng werden. Eben. Nicht draufspringen. Perfekt. Jetzt wirbel nicht so lange. Das ist schon komisch. Zu wirbeln. Auch zu wirbeln. Wo bist du? Da. Oh, oh no. Ich hab mich geopfert. Wie der Timer weiterläuft. Nein. 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 Über nicht. Oh, bitte. Nein. Das ist so gemein. Oh, fuck. Schnell. Schnell. Der soll zuerst... Von Zischel dauert zu lange. Das sollten wir gleich sofort machen. Ja. Scheiß drauf. Wir haben Stress. Kann man den sofort lenken? Passend. Kommst du jetzt sofort hier runter? Ja. Das wäre perfekt. So. Kommst du jetzt? Ich kann nicht, dass das jetzt die Zeit so ein bisschen drin ist. Hier hin. Komm hier hin. Perfekt. Ja, das war gut. Das war schon mal besser als beim ersten Mal. So, jetzt bleib mal weg von der Mitte. Okay. Kein Stern. Bei einem hat uns vorhin noch gefehlt. Ja, eben. Schnell rein, noch keine Zeit. Durch die Minzen sammeln, vielleicht ist das alles umgetoppt oder so. Ich weiß nicht mehr, wo fandst du die Schürer. Oh, hier. Ja, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Ja, wir müssen mal zwei. In der Sequenz läuft die Zeit zwar nicht. Nein. Was hast du denn getroffen? Ich habe den Blumen getroffen. Nein. Was ist auch nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Ich weiß, ich sollte es nicht sagen, aber sterb bitte nicht. Oh, die Katze. Ach, fuck. Ach, fuck it. Komm schon. Mist, ich kam nicht auf den Teller. Jetzt hätte ich den erwischt. Ja. Nein. Bin ich. Ich seh mich immer nicht. Bin ich. Fuck, du bist da hinten links. Das bringt nichts bei dir nicht, Teller, Fika. Ja. Ach. Wieso weint die rechts? Okay. Weint mit. Weint mit? Mist. 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 Ich schau noch mal hier. Ja. Du sogar. Aber nicht mal ich. Meine Atelier-Attacke. Ach, er ist schon gut. Ja. Geh her. Wo bin ich? Mist. Warum bin ich daneben gefallen? Warum? Warum gehen die Teller sofort kaputt, wenn du oben drauf stehst? Du bist da so links da so. Nee, nix, ja. Nein, nein, nein. Jetzt mach! Einmal noch. Läuft besser als auf der ersten Bar. Ja, ein bisschen. Aber ich weiß nicht, wir haben immer noch so wenig Zeit. Debt. Mehr als vorhin. Der erste ging schon verdammt schnell. So, kletter hoch. Debt. Nee, einmal noch. Nicht? Oh, da wird jetzt schon mal. Nee, links hab ich einmal getroffen. Ah, ich so. Das war schön stehen bleiben. Kann ich drauf? Oh, fuck it. Ich kann mich drauf. Was machst du? Ich opfand. Jawohl. So, weg von der Mitte. Gut, dass du dich auszusehen. Aufhör auch auf, Blase. Nicht sammeln, komm. Scheiß drauf. Aus. So, Mist, jetzt hast du deinen auf. Wir sollten uns absprechen. Weil wenn wir einen behalten, dann können wir den direkt nochmal treffen. Ja. Ja. Weil der rollt so lange. Ja, der rollt echt lange. So, behalte deinen. Aber der wurde dann immer so rot. So, dann schmeiß ihn weg, wenn du meinst. Aber der hält noch so lange. Oh, fuck. Voll schön. Siehste? Verdammt, gerade hat es gereicht. Aber der lebt dann noch halt. Weißt du? Ist halt egal. Der lebt dann halt noch. So, Stern. Warte. Nicht in die Box rennen. Ja, ich hab gerade, ich hab gerade so ein bisschen da die. So. Jetzt machen wir noch die beiden leichten. Okay. Oh Gott. Oh. Nyaau. Ich seh nicht. Oh Gott. Also manchmal ist der echt unsichtbar. Also richtig. Ja. Jetzt mal raus. Oh. Alles meins. Mann, no. Weg aus der Mitte. Also in der Mitte kommt es ja nicht. Aber ich weiß nie, wann die Box kommt. Oder wo die Box kommt. Jetzt noch Ninja. Ninja. Und jetzt die Kunden noch. Schaffen wir. Das ist besser als vorhin. Ach. Ich vergesse mal, dass sie sich so teilt. Oben. Ja, ich seh mich immer nicht. Ich dachte immer nur auf den Wurfstern. Ja, ich auch. Aber ich brauch halt immer ein bisschen, bis ich den gefunden habe. Kann halt auch auf die Schleife achten, aber... Links. Äh, rechts. Links, rechts, oben, unten. So Sternen gibt es nicht, oder was? Ja. So. Ich glaub... Warte mal, vielleicht taucht der jetzt noch auf. Gibt's den hier noch? Ich weiß nicht. Gibt noch einen Boss. Was? Wir haben noch keine Zeit mehr. Oh nein. Das schafft man nicht. Der geht aber auch relativ schnell. Wenn der sich teilt, auf ihn springen. Nicht die ganzen kleinen Dinger wegmachen. Halt, lass ihn immer weglaufen. Lass ihn hüpfen. Und wenn er zerplatzt, auch... Oh Gott, der macht so Wellen. Spring auf ihn. Versuch ihn zu finden. Das wird so knapp. Da sagst du was. Ich seh mich nicht mehr. Wir haben beide getroffen. Ich bin tot. Nein. Du warst noch nicht tot. Ich war tot. Nein, eben gerade erst. Ja, ich bin gestorben. Er hat mich kaputt ge... Moment. Erstmal verschnaufen. Wie machen wir das denn jetzt? Erstmal von Zischel kommen. Den müssen wir schneller schaffen irgendwie. Irgendwie. Ich kann ja sagen, du rechts, ich links. Ja. Das ist ja bis rechts. Vielleicht kommen die nur auf einer Seite. Ja. Okay, ich hab nicht getroffen. Mann. Ich will einfach mal einspringen, weil ich keine Wage hatte. Gestorben. Nein. Komm ich da nicht hoch. Ja, dann kommst du da nicht hoch wegen der Katze. Der ist ein bisschen dumm. Nein. Wieso springst du nicht, Mario? Warum? Scheiße. Scheiß Kack. Fie. Das wird nichts. Sie mitweint. Ist ja auch traurig alles. Komm, mach Viecher. Wieso kommen da jetzt neue? Scheiß drauf. So. Mach doch Viecher. Ich müsste sie Viecher machen. Da bin ich. Er springt nicht, wenn ich oben auf den scheiß Tellern stehen bleibe. Rechts. Ich sehe, wie sie dann geht. Rechts. Oben. Fast geschafft. Komm da nicht, Wohin. Es ist so echt. So ein Stress. Und dann schafft man das einfach nicht. Dann fallen hier Teller runter. Und dann wird man von Sachen getroffen. Und dann stirbt man. Und dann ist man tot. Warum? Zu viel. Oh. Wo bist du? Warum? Warum? Weil ich zu gestresst bin für den Scheiß hier. Ja. Verdammt. Verdammt. Oh. Ah. Es ist so. Verdammt stressig. Yeah. Oh yeah. Jetzt machst du die da drüben. Willst du mich verarschen? Wie auch immer ich getroffen habe. War das schneller? Nee, ne? Nee, es war langsamer. Einfach irgendwo rein. Ja, ist okay. Bald den. Ja. Werf ihn halt kurz weg, aber nicht zu ihm. Wenn er rot wird. Dann ist er nämlich wieder frisch, wenn ihn einmal geworfen. Achso. Ich muss mich nicht sehen. Ich war zu verwirrt. Ich sehe mich nicht. Und ich. Es war mir Glück, dass ich hier überlebt habe. Ja, einmal muss man immer warten. Nicht, dass wir beide einen behalten würden. Das geht glaube ich gar nicht. So, Stern. Alter Falter. So, der geht ja auch auf schnell. Beide ruhig und hochkonzentriert. Ja. So gestresst alles. Ich will das einfach nur schaffen. Das wächst gerade dreimal. Spring drauf. Gut. Stern gab es hier nicht, ne? Nee. Stell dich nicht mehr. Dreck, die sterben. Oh, stirbt doch schneller. Die sterben. Die hellige Todesanimation wird auch von der Zeit abgezogen. Stress. Stress. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube auch nicht. Scheiße, ey. Warum ist das so? Oh. Ich vergesse das auch alle. Okay. Du sollt immer woanders hingehen. Ja. Bist du doof, wenn dann sowas kommt? Ja. Ich meine, die generelle hier Richtung? Okay. Oh Gott. Das wird gleich wieder so. Schlipp schneller. Ja. Gott. Schlipp schneller, Sau. Oh, ich sammle. Kann man immer noch sammeln. Es geht doch auf unsere Zeit. Es geht alles auf unsere Zeit. Den kannst du nicht schneller machen. Das ist so schlimm. Oh, bei dem hatten wir letztes Mal 100 Sekunden noch, ne? Oh. Was hast du das gemacht? Hä? Du bist auf seinen Panzer gehüpft. Ja. Du hast das so Klok-Klok gemacht. Ja, aber wir hatten am Ende noch 64 Sekunden. Ja, dann sind wir jetzt 30 Sekunden schneller. Oh, wie bei Zwischensohn gekommen ist. Hier oben kommt die Box. So, ich gehe rechts. Mach hinne. Okay, das wird nicht von der Zeit abgezogen. Immerhin. Oh. Hätte ich ihnen auch noch zugetraut. 20 Sekunden mehr. Schaffen wir nicht. Nee. Wenn ich jetzt nicht sterbe, könnten wir es vielleicht schaffen. Aber bei den Laserdingern sterbe ich immer. Ja, dann konzentrier dich. Ich versuch's ja, aber es sind zu viele. Betroffen. Lauf, hoch. Immer. 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 So, einmal noch. Du machst das. Du schaffst das. Komm halt wieder. Wenn er nicht zu lange hüpft, weil er hüpft jetzt noch einmal mehr. Ich sehe die Ringe nicht. Ich habe die Ringe nicht mehr gesehen. Nein. Warum bin ich fertig? Wo bin ich? Oh Gott. Oh. Ja, stirb schneller. Stirb schneller. Stirb schneller. Oh Gott. Stirb schneller. Wir müssen noch zum Ziel laufen. Wo ist der Stern? Ich habe ihn. Wir müssen noch zum fucking Ziel laufen. Nein. Lass die Uhr. Weißt du jetzt, warum da Uhren sind? Verstehst du es jetzt? Jetzt dürfen wir das Ziel noch nicht verkacken. Verkack bloß nicht das Ziel. Das ist so zu mir. Du darfst es genauso wenig verkacken. Alter. Schlimmstes Level. Alter. 20 Sekunden waren es. Alter. Am Ende noch 22 Sekunden. Jetzt kommt es halt nicht aufgenommen. Doch, oder? Oh Gott. Gott. Das war das schlimmste Level. Okay, wir haben jetzt alle Level mal gemacht. Also außer das eine Schöne. Wehe, das ist nicht schön. Wenn das jetzt nicht schön ist, ne? Dann müssen wir jetzt dann noch alle Sachen sammeln. Ja. Alle Sachen. Alter. Nein. Nein. Das ist schön. Hassi. Komm her, du. Wo sind die Katzen? Ich weiß nicht. Ich habe die Katze auch gesehen. Guck mal, wie süß die Vögel laufen. Hast du gesehen? Hassi. 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 Hast du gesehen, wie süß die Vögel laufen? Guck mal gleich, wie süß die Vögel. Komm mal hier runter. Jetzt lauf doch nicht da hoch. Da oben, da ist doch ein Hase. Jetzt komm doch her. Hier müssen irgendwo Items sein. Ja, die Hasen droppen die, wenn du die fängst. Wie sollen wir die denn fangen ohne Katze? Die kleinen Hasen fängst du ohne Katze. Okay. Wenn du das sagst. Jetzt guck mal, wie süß der Vogel da oben rechts läuft. Guck mal. Guck mal. Du hast einen Speedboost da hinten. Guck mal. Ja, jetzt. Ach, Speedboost. Oh, Katze. Ja, ja, nimm gut. Katze. Ich sehe halt nichts. Ich mit der Katze komme nicht hinterher. Merkst du was? Guck mal. Das war ganz schnell. Ja, dann lass mich doch jagen. Ich muss noch keine Hasen. Ich will die Hammer. Oh, hier sind... Ding. Da ist ein Blume. Blume. Wo ist die Rohre dafür? Die sollen uns absprechen. Das ist ein Stern. Wo ist die Rohre für den Stern? Hier rechts. Oh, nee. Du willst mir was zeigen. Komm. Was willst du? Ich will die Rohre finden. Ja, hier rechts. Ja, dann suchen wir... Dann... Komm nochmal. Was denn? Kann doch woanders sein. Der muss nicht hier oben sein. Das ist für den Hasen. Ich schaffe mal eh nicht. Der hüpft und hüpft. Nee, wenn du nicht mitläufst, nicht? Wir können das auch schummeln, dieses Ding. Also den Stern kriegen wir auch ohne Röhre. Ja, aber... Arse! Ja! So, es gibt einen Stern. Okay. So. Guck mal, hier sind Röhren. Ja, zu denen wollte ich nämlich. Ich muss mich ja nicht verlassen. Aber das ist nicht die Röhre, die du willst. Ich weiß so. Nein. 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 Dann landen wir nämlich da drauf. Wo ist die Röhre? Lol. Keine Röhre. Wo ist sie? Ob ich nicht keine Katze. Ich will auch eine Katze. Hier ist was. Weck, weck. Kommst du? Okay. Du willst eine Katze haben. Ja. Oh. Ist das die Röhre? Ist das da die Röhre? Weiß nicht. Für dieses... Da, danke. Nee, die ist zu. Ich verstopselt. Okay. Aber war ja die andere auch. Nein. Nein. Das ist ein roter Ring. Okay, pass auf. Das ist die Röhre. Was ist die roten Ring? Katze. Katze, aber... Hab ich... Ja, ich hab doch keine bessere gekriegt, oder? Achso, doch. Das ist die Ohren, Katze. Das ist da oben noch. Ja, welche Röhre nehmen wir jetzt? Die? Ich weiß nicht. Ich denke mal, bei der geht's weiter. Ich war verwirrt. Lass mich. Donkey Kong Style. Dann müssen wir aber nochmal runter. Es fehlt noch ein Stern. Ja, eben. Dann müssen wir mal runter. Ah, da ist ein... Nee, das ist ein Drucker. Super. Oh, super. Das ist doch bestimmt eh wieder nur für Münzen. Guck mal. Stern. Okay, dann müssen wir doch nicht mal runter. Bewegst du dich? Nein, okay. Nee, ich hab sie so. Gotti. Oh. Ähm. Warte. Spring. Wow. Ich hab überlebt. Die Luso. Kommt aber nicht an die Spitze. Ich wollte nicht meine Katze verlieren. Also tot ist der jetzt doch ein bisschen knuffiger mit den Glöckchen am Hals, ne? Ist er ja. Sowieso der knuffigste. Sowieso. Wieso spielst du den denn nicht mehr? Du hast ihn verraten für Rosalina. Weil er ist so schnell. Du hast ihn verraten für Rosalina. Weil er ist so schnell. Okay, das Level war schön. Ja. So. Wir haben jetzt alles. Das heißt, jetzt kommt die Arbeit, die wir hassen. Gar nicht. Alles nachholen. Hier haben wir. Aber ich guck mal, so schlecht haben wir gar nicht abgeschnitten. Das ist doch Teil vom Spiel. Guck mal, so schlecht waren wir gar nicht. Hier haben wir alles. Da haben wir alles. Okay, hier haben wir eine Fahne nicht. Ich finde das schön, wenn man dann alles hat. Ja, ich finde das auch schön, wenn man dann alles hat. Aber du bist immer ne... Guck mal, so schlecht waren wir in der Welt gar nicht. Okay, hier. Und hier fehlt auch noch. Gut, dann wollen wir aber vorne anfangen, ne? Ja. Uns zum Schlimmen vorarbeiten. Ja. Jetzt oder willst du Pause machen? Vielleicht noch Welt 2 oder so? Welt 2. Ja. Gut, dann machen wir jetzt Welt 2 noch. Ja. Entspannter Level. Ja. Ah, fängt hier schon an. Schön. Stopp. Was tust du das? Das wollte ich gar nicht. Ach. Nein. Was ist denn? Ich mache, dass uns schlecht wird. Okay. Nein, äh. Die haben wir. Okay. Welt 2, 1. Dann vertue ich mich gerade mit einem Level. Okay. Pick Condors Wüstenruine. So. So, Stern 1 fehlt. Ich weiß, wo Stern 1 ist. Warum auch immer wir den nicht geholt haben. Weil wir keine Katze hatten und da nicht hochgeguckt haben. Das kann sein. Wieso komme ich da nicht hoch? So. Hoch. Peace. Das stimmt. Das stimmt auch. Die. So, und die nächsten weiß ich auch noch. Ähm. Da hast du in die Goldröhre. Wird da auch rein. Oh. Mann. Oh. Warte. 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 Nein, du kannst nicht. Mach jetzt. Nein. Mach jetzt. Mach jetzt. Das wollte ich nicht. Ich ertrinke. Äh. Er sande. Da ist eine eigene. So. Weißt du denn noch, wo der Stern ist? Oh nein. Du erinnerst dich nicht mehr dran, ne? Nein. So sollte ich. Ich erinnere mich noch dran. Du hast gerade gesagt, du weißt es nicht. Doch, ich weiß es. Was machst du denn? Sterben. Oh. Wow. Wow. So, den Vogel nicht kaputt machen. Ach so. Das war das. Da hatte ich dir, glaube ich, auch gesagt. Nicht? Ja, ja. Sag das immer zu spät. Schon halb dabei war. Schon halb dabei. Ja, ich kann dann mein Gehirn nicht mehr so schnell überrufgängig machen. Und willst du? Wiederholt. Warum? Da ist nichts. Ach ja, nein. Du bist sogar in eine Blase gekommen. Oh nein. Hilfe. Was willst du da? Kannst du irgendwas sein? Du ausrastest mit dem Jens-Block. Hilfe. Los. Es tut mir leid. Oh. Was? Die Lu ist wieder so ruhig. Wenn sie nur ruhig ist, ist sie immer noch zu verzweifeln. Ja. Warum verzweifelst du denn bei den Sch... Ich bin schraubig. Warum? Ich habe keine Katze mehr. Ja, wenn ich dir meine geben, will willst du nie. Nein, ich will meine eine. Ja, dann jammer nicht. Ja. Wenn du so ruhig bist, brauchen wir nicht aufnehmen. Ja. Immer hat der nur Ansprüche. Ja. So. Haben wir. Stempel. Oh, was? Was? Was machst du da? Ich habe die Pusteplum gepustet. Hallo. Haben wir das nicht gehabt? Weiß ich nicht. Wo war das? Wie, wo war das? Ja, wo bist du da gerade reingegangen? Ich habe es nicht gesehen. Hier unter das Ding. Hier, da, rein. Ach so, ja. Okay. Hä? Ich meine, wir hatten den mal geholt. Hä? Nein, da sind wir niemals reingegangen. Wieso bist du da reingegangen? Wie kommst du auf sowas? Ich kannte das jetzt schon halt. Oh, das findest du mal schon an. Ach ja, tut mir halt leid. Ist halt jetzt nicht mehr das neueste Spiel. Tut mir halt leid jetzt. Kann dich doch auch nicht ändern. Man sieht halt auch Videos. Mein Gott. Ich nicht. Toll. Das ist gelogen. Lüg mich nicht an. Nicht viele. Ja, eben. Und wir wollen auch nicht viele gucken, um sowas zu sehen. Ich habe das nicht gesehen. Hey, warte. Ich habe mich nur noch anmeckert. Warum stirbst du? Weil ich runtergefallen bin, weil du nicht gepustet hast. Wieso habe ich gemeckert? Ich habe nicht gemeckert. Du hast mich ange... Du hast mich angemeckert. Du hast mich angemeckert. Das ist Grumpy. Warum bist du da? Ich bin Grumpy. Ah. Du bist jetzt schon wieder Grumpy. Gar nicht. Du bist Grumpy. So. Hörst du jetzt auf, so still zu sein? Sonst hat das keinen Sinn hier. Mir fällt aber gerade nicht zu reden ein. Das ist scheiße. Ja. Machen wir jetzt Pause. Okay. Wenn die Lose ruhig ist, macht das keinen Sinn. Ich finde das dann immer doof. Was denn? Das ist kein Meckern. Guck nicht so. Let's Play ohne Reden ist kein Let's Play. Ja, du redest da. Ja, mhm. Together? So zu zweit? Ja, du redest da. Ja, toll. Du redest für zwei. Ja. Du bist schizophren. Mhm. Du solltest dich untersuchen lassen. Ja, wir machen jetzt noch das Level. Toll. Sehen wir mal schizophren. Pff. Kann man das denn unendlich langziehen jetzt hier? Hör mal auf damit. Okay. Ach, das Level. Okay. Und die Katze. Katze. Weiß nicht. Wieso hast du die Katze nicht genommen? Vielleicht deine Katze. Ah, stell dich halt nicht so an, ey. So, du meckerst. Ja, weil du mich anschlägst. Meine Katze, deine Katze. Du meckerst. Unsere Katze. Du meckerst. Unsere Katze. Du meckerst. Warum krieg ich das nicht? So. Uh, das ist ja. Hellblau. Warum sind wir denn hier auf ganz viele Sterne? Sterne und am Ende eine Kanone behalten, weil am Ende ist der letzte Stern oder Stempel. Ich weiß es nicht. Wieso? Was denn? Stellt sich da so vor, die Kanone. Okay. Meine Kanonenfreunde. Da ist der erste Stern. Oh. Behalt bitte die Kanone. Na gut. Ich glaube, das ist die letzte. Wir kriegen keine mehr, also behalt sie. Oh, lass mich halt noch mehr unter Druck. Stempel. Gut, wir haben es geschafft. Und jetzt nicht in die Röhre. Ja, ich will. Okay. Du musst du mehrmals treffen. Einmal zählt dann. Ist wie eine Blume. Doch, voll hier die Kanone. Ja. Finde ich auch doof. Aber dann musst du den so oft treffen, wie mit einer Blume halt. Doof. Doof. Kann ich X eigentlich auch hochheben? Na, X ist dasselbe wie Y. Nee. Doch. Doch. Kann ich mit X nicht hochheben? Ah, doch. Bitte. Das gleiche. Das selbe. Das gleiche. Das ist mir scheißegal. Na. Das ist nicht gut. Ey, ich schieße dir in den Puppen. Ja, ja. Ist okay. Könnte ich. Machst du. Könnte ich. Oh. Jetzt hast du deine Rosalina Flagge hingemacht. Vorher war deine Toad Flagge. Wie hast du da hingemacht? Die Toad Flagge? Ja. Ja, jetzt habe ich eine Rosalina Flagge hingemacht. Und? Du hast Tod verraten. Problem damit? Du hast ihn verraten. Stempel. So viele Stempel. Oh, Rommel. Oh, Rommel. So, haben wir jetzt alles hier? Weiß nicht. Ja, ne? Sieht so aus. Und ab da geht's los. So, jetzt ist Pause machen. Ja. Gott. Dann verabschieden wir uns. Tapsis. Tschüss. Tapsis. Nein. Meiße. Ich will da nicht rein. Mäuschen. Mäuschen. Guck mal die Mäuse. Guck mal die Mäuse. Pass auf. Gumba. Mäuse. Oh. Was? Ja, tote Mäuse. Das sind getotetete Mäuse. Ja, hole deine eigene Katze ab. Ja, mache ich auch. So. Jetzt verabschieden wir uns hier im Level. Okay, Moment. Okay, da oben. Tschüss. Was machen wir hier? Ich bin leider im Kuckuck. Nein. Das machen Katzen so. Ja, schön. So. Tschüss. Na. Kann man jetzt irgendwie anzoomen. Das wäre toll. Man kann nicht anzoomen im Zweispieler-Modus. Das ist so doof. Was mache ich da hinter dir? Das kennt ihr noch gar nicht. Komm mal her. Komm hoch. Tut mir leid. Hat er mich runtergeschmissen. Nein. Ja, man kann die Katze streicheln. Oh, was? Dann wird die Hand so zur Streichelkatze. Äh, zur Streichelkant. Das kennst du noch gar nicht, ne? Nein. So, haben wir noch was gezeigt. Okay. Finger im Po, Mexiko. Nein. Äh. Okay. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und? Drei. Zwei. Eins. Das war falsch. Nochmal. Man sieht mein Gesicht nicht. Oh, jetzt sieht man deins nicht. Oh. So. Drei. Zwei. Eins. Yay. Tschüss. Tschüss.